Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem neuen Cryptocurrency-Video hier heute auf meinem Kanal. Und ja Leute, ich würde sagen, zu Anfang an springen wir direkt mal ins Daily Giveaway, was ich mache. Falls ihr jetzt neu auf meinem Kanal seid, ich verlose jeden Tag 70 Dollar in Bitcoin. Das heißt, falls ihr daran teilnehmen wollt, lasst einfach mal einen Kommentar zu diesem Video da, schreibt eure Bitcoin-Adresse hinzu, ihr müsst natürlich dem Video einen Daumen nach oben geben und Abonnent des Kanals sein. Und aktiviert auch auf jeden Fall mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button. Sobald ihr Abonnent seid, dann verpasst ihr nämlich keinen Upload mehr von mir und seht immer, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Hier ist erstmal mein Video von gestern, die 5 besten Kryptowährungen für 2018. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das auch sehr gerne an. Ich würde sagen, wir picken jetzt hier erstmal einen Random Comment. Zack, wie viele Kommentare haben wir? Wir haben 122 Kommentare. Start. Und dann schauen wir doch einfach mal, wer hier von den 122 Leuten gewonnen hat. Und es ist der liebe, der Winner ist der Martin S. Und er schreibt, gerade richtig im Keller, aber es wird brav gehalten. Nee, Ripple geht ja wohl gerade richtig in den Keller, aber es wird brav gehalten. Das stimmt auf jeden Fall. Ich halte mein Ripple auch weiterhin. Das werde ich nicht verkaufen, Leute. Ich beliebe immer noch in Ripple, dass Ripple nächstes Jahr so die 1 Dollar Mark oder so knacken wird. Und ich würde sagen, wir gehen hier direkt mal zu Bitconnect, denn wir werden heute auch noch einen 5010 Dollar Bitconnect Loan machen. Oder besser gesagt, ich und ein Kollege haben 2500 Dollar jeder dazu gegeben und haben zusammen einen 5010 Dollar Bitconnect Loan auf einem Account gemacht. Und ich würde sagen, wir senden jetzt hier aber erstmal den Gewinner, dem lieben Martin S. Ich gleiche lieber nochmal die Adresse ab. Endet mit E, fängt mit 1 an. Das ist die richtige Adresse. Nice. Und dem senden wir direkt alles, was ich hier habe. Das sind 0,004. Das müssten eigentlich momentan... Der Bitcoin ist ja mittlerweile schon wieder bei 15.000 Dollar. Das heißt, es müsste eigentlich auf jeden Fall reichen. Hier könnte ich nochmal ganz kurz die Adresse überprüfen. Stimmt aber alles. Und let's go, confirm. Und damit haben wir heute wieder einen Gewinner. Wie gesagt, nehmt auch heute gern wieder teil. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt direkt mal ins Video. Wie gesagt, Leute, ich und ein Kollege haben 2500 Dollar jeder zusammengelegt und haben auf einem neuen Account nochmal einen 5010 Dollar Loan gemacht. Was richtig, richtig krass. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Bitconnect ist, Leute, Bitconnect ist eine Plattform, die für euch euer Geld tradet und handelt. Was eigentlich ziemlich, ziemlich cool ist. Ich bin ja jetzt mittlerweile seit 5 Monaten bei Bitconnect dabei und bis jetzt hatte ich noch nie Probleme. Bis jetzt funktioniert es wunderbar. Und solange dieser Cryptocurrency halt noch anhält, glaube ich auch, dass die Seite mal mindestens noch ein Jahr bestehen bleibt. Und die Seite ist eigentlich relativ einfach. Ich habe da schon mal ein längeres Video zu gemacht. Und auf meinem Kanal, ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen, und auf meinem Kanal ist hier auch noch eine Scam-Analyse von Bitconnect Online. Das heißt, die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Die verlinke ich euch auch irgendwo mal in der Videobeschreibung. Aber, falls euch das jetzt nicht interessiert und ihr einfach nur wissen wollt, wie die Plattform funktioniert, ihr könnt euch einfach registrieren. Ich tue euch mal meinen Bitconnect-Boni-Link in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr einfach auf Deposit Bitcoin gehen, wenn ihr euch registriert habt und eure E-Mail bestätigt habt. Dann könnt ihr einfach Bitcoin einzahlen. Auf diese Adresse hier eben einen beliebigen Betrag, so viel wie ihr eben lenden wollt. 100 Dollar müsst ihr mindestens lenden. Und umso mehr ihr lendet, umso früher kriegt ihr eben euer Kapital wieder released. Das heißt, wenn ihr 1000 Dollar lendet, kriegt ihr die 1000 Dollar nach 300 Tagen wieder. Das heißt, die 1000 Dollar kriegt ihr dann nach 300 Tagen wieder. Und ihr kriegt eben jeden Tag ungefähr 1% auf die 1000 Dollar. Das heißt, ihr kriegt jeden Tag 10 Dollar. Die könnt ihr auch immer auszahlen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel über 1000 Dollar einzahlt, dann kriegt ihr nochmal 0,1% am Tag zusätzlich. Das heißt, dann bekommt ihr zum Beispiel 11 Dollar jeden Tag. Oder halt bei über 10.000, dann kriegt ihr halt nochmal 25 Dollar extra jeden Tag neben den Prozenten. Und ihr könnt hier auch immer ganz gut sehen, was die Prozente sind. Die letzten paar Tage waren tatsächlich nicht so gut. Ihr seht schon 0,19. Klar, ihr wisst ja, wenn man da den Bonus hat, wie wir jetzt mit den 5000, dann ist es ja auch alles über 1%. Hier ist wieder ein richtig, richtig schöner Tag. Die Tage werden jetzt auch, glaube ich, wieder ein bisschen besser werden. Ist aber auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Das heißt, falls ihr euch dafür interessiert, schaut euch mal meine anderen Videos zu Bitconnect an. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Aufnahme von meinem Kollegen, als wir richtig entspannt den 5000 Dollar Loan auf unserem zweiten Account gemacht haben. Leute, let's go. Wir schauen es uns einfach mal ganz entspannt an. Er hat das Video auch schon auf seinem Kanal hochgeladen. Ich wollte es euch jetzt aber einfach nochmal zeigen. Ihr seht schon, wir gehen hier ganz entspannt aufs Dashboard. Ich mache das Ganze einfach mal kurz groß, auch wenn es jetzt ein bisschen abgeschnitten ist. Ihr seht schon 0,45 Bitcoin haben wir hier auch schon in unserer Bitconnect Wallet, also in unserer Bitconnect Bitcoin Wallet, was auf jeden Fall richtig, richtig geil ist. An sich, sobald ihr Bitcoin angezahlt habt, müsst ihr an sich nur auf Exchange gehen, ein bisschen hier runterscrollen. Das Ganze ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich relativ selbsterklärend. Müsst einfach nur ein bisschen runterscrollen. Müsst dann da bei den Selling Orders auf 1 gehen, was halt eben für euch passt. Wenn ihr da kleinere Beträge einzahlt, dann müsste eigentlich alles möglich sein. Bei uns müssen wir halt immer so ein bisschen gucken, weil wir jetzt halt wirklich 0,4, weil wir halt wirklich fast einen halben Bitcoin einzahlen wollen. Wenn man sich das mal überlegt, der halbe Bitcoin, der wäre jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr wert gewesen, weil der eben so gestiegen ist. Aber der fällt natürlich auch wieder und bei Bitconnect kriegen wir dann trotzdem unsere Prozente. Klickt dann einfach hier aufs oberste Minus bei Selling Orders. Dann kriegt ihr nämlich den billigsten Preis. Klickt auf All und dann auf Buy, Bitconnect und dann einfach auf Confirm. Und dann werdet ihr jetzt auch schon gleich sehen, dass wir sobald das Ganze jetzt hier geladen hat, dass wir ganz entspannt 16 Bitconnect gekauft haben oder Bitconnect Tokens halt oder Bitconnect Coins, wie man das jetzt auch immer nennen will. Und diese können wir jetzt oder diese brauchen wir eben, um der Plattform sozusagen unser Geld zu leihen. Ihr seht dann auch schon, hier kann man dann einfach auf Land Bitconnect gehen, wie ich das vorhin auch schon gemacht habe. Und dann werden wir natürlich hier einfach mal richtig, richtig entspannt. 5000 Dollar Loan, Leute, richtig entspannt. Ich glaube, wir haben sogar ein bisschen mehr gemacht, weil wir ein bisschen mehr hatten und ihr seht auch schon, das wird dann da automatisch einsortiert in die Spalte, wo wir eben die 20 oder die 0,2% Daily dazu bekommen. Was auf jeden Fall schon ein bisschen, was ordentlich was ist, Leute. 2% bei 5000 Dollar, vor allem wenn man irgendwie 10.000 Dollar einzahlt und dann nochmal 0,25% dazu bekommt. Das sind halt einfach mal 25 Dollar am Tag, die man nochmal extra bekommt. I read the terms, bla bla bla. Unser Geld kriegen wir auch schon nach einem halben Jahr zurück. Das heißt, in 6 Monaten kriegen wir unsere 5170 Dollar wieder, plus eben jeden Tag etwas mehr als 1%. Das heißt, wir haben unser Geld bis dahin einfach mal verdreifacht und wenn wir jeden Tag sogar reinvesten, man kann, sobald man 10 Dollar in der Landing Wallet hat, kann man da auf diesen Reinvest Knopf drücken. Neben Land Bitconnect, dann wird automatisch die Einnahmen wieder reinvestet und dann hat man sozusagen ein exponentielles Wachstum auf der Plattform. Was auch schon richtig, richtig krass ist, Leute. Ich mache das ja auch tatsächlich, ich mache das jetzt ja auch schon seit 6 Monaten und habe mich da tatsächlich von 2.000 Dollar auf 20 oder mittlerweile auf 21.200 Dollar hochgearbeitet und kriege jetzt jeden Tag einfach mal über 200 Dollar, ohne irgendwas zu machen, weil ich vor 6 Monaten mal 2.000 Dollar eingezahlt habe. Was auf jeden Fall heißt, es besteht natürlich immer die Chance, dass diese Seite einen Scam oder einen Exit-Scam macht. Ich glaube tatsächlich nicht mehr daran, dass es passiert oder ich glaube tatsächlich nur daran, dass es passieren könnte, wenn der ganze Bitcoin und Cryptocurrency Hype dann so Ende 2018 oder auch vielleicht Ende 2019 erst so richtig abflacht. Und bis dahin ist es noch so weit, Leute. Bis dahin kann man hier noch so viel Gewinn und Profit machen, dass ich da tatsächlich momentan einfach dabei bleibe und einfach immer wieder ein bisschen was reinstecke, immer wieder auf den Reinvest Knopf drücke, was auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice ist. Falls euch jetzt auch, falls jetzt auch irgendwie euer Interesse für die Plattform geweckt ist, wie gesagt, benutzt einfach mal meinen Bitconnect Boni-Link, um euch zu registrieren und ihr könnt euch ja gerne auch nochmal meine 2 anderen Videos zu Bitconnect anschauen, meine Scam-Analyse und mein komplettes, volles, erstes Tutorial, wobei ich jetzt hier auch schon alles erklärt habe. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns tatsächlich morgen wieder in einem Video. Schreibt mir einfach mal ein paar Video-Wünsche in die Kommentare, was ihr morgen von mir sehen wollt. Wollt ihr irgendeine Analyse zu irgendeiner Cryptocurrency? Wollt ihr, dass ich euch vielleicht mal einen geilen ICO vorstelle oder so? Oder ist mir eigentlich egal. Wollt ihr mal was zu Amazon FBA sehen? Schreibt mir einfach mal eine Video-Idee in die Kommentare und natürlich vergesst nicht zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr morgen seht, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und wie gesagt, schreibt zu eurem Kommentar immer eure Bitcoin-Adresse hinzu. Ich verlose jeden Tag 70 Dollar in Bitcoin. Das heißt, da könnt ihr an sich easy teilnehmen und gebt dem Video natürlich auch gerne mal einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann, Leute. Ciao.